Mein Ziel ist, die Leute wirklich zu verwöhnen, ihnen wirklich was zu geben, was ihnen den Tag rettet, alles besser macht, zu ihnen spricht, innerlich, Sachen sagt, die nur ein Kaffee sagen kann. Ich wärme dich, ich halte dich, ich fang dich auf, ich ergieße mich in dich, ich löse mich in dir auf. Das hier alles ist nur Betäubung. Spüre den Sitz, große Schmerzen und die Umgebung sind der Weg ins Nirwana und, wenn du so weit bist, ist der Weg ins Nirwana. Öffne, dampft die Augen. Don't stop believing, ohne zu abfühlen. Streetlight Keeper Sprecher Untertitelung des ZDF, 2020